ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Viele Lava-Szenen sind hier, aber ganz wenig Höhlen-Eingänge, also zu einer richtigen Höhle nicht so eine langweilige, wo man dann gleich wieder einschläft, wo man erst den ersten Schritt drin ist, aber naja, das macht es Minecraft etwas spannender, wenn man dann etwas findet. Ansonsten bleibt uns nur noch eine Möglichkeit und nur die Tiefe graben. Wenn wir jetzt keine finden mehr, oder wisst ihr was, das macht man gleich. Dann brauche ich mich, da braucht man sich da nicht mehr so umquielen, sag ich jetzt mal. Da ist zum Beispiel wieder Eisen. Dann bauen wir natürlich gleich wieder ab. Wie viel Höhe sind wir denn schon? 31 Kohle Kohle, Kohle Lass jetzt mal ein bisschen die Schrift da, weil wir schauen mal, welche Höhe wir denn sind. Um 11 Gramm benutzt ein bisschen rum. Höchstens 10 noch. Hä? Ihr wisst ja, ich bin immer auf Diamantensuche. In der Hoffnung, dass ich mal welche finde. In der letzten Let's Play Reihe von jetzt bis Folge, ja bis die Folge, weil sie die angeschaut hat, merkt, dass ich nur drei Diamanten in der ganzen Let's Play Folge gefunden habe. Was ist? Ne, fünf hatte ich. Fünf? Genau, fünf habe ich gefunden. Und... Zwei hatte ich dann nur noch, weil ich mir dann eine Spitzsache gemacht habe. Vier Obsidian. Dass wir das mal abbauen können. Dass wir uns auch mal einen Verzauberungstisch machen, was wir hier jetzt leider nicht mehr haben. Aber da finden wir dann Bücherregale, dann... Also, beziehungsweise machen wir Bücherregale. So, okay, wir sind jetzt Level 11, dann ist der noch schnell Eisen. Also, wenn ihr jetzt das blau aussieht, dann schreit es gleich hier. Okay, so, jetzt sind wir Level 10 und jetzt machen wir mal Strip Mining, wie man so schön sagt. Und graben wir uns mal ein bisschen nach vorne. Alright, toll. Dann. Dann, dann. Dann.... ja also das können wir auch gut gebrauchen aber diamanten ja natürlich noch mehr dass die finden natürlich nicht so haben wir mal da lang nein so macht schon spaß im geschnitten zu machen wenn man nicht dann immer noch nichts findet außer eis wie viel eisen habe ich das schon 28 gut ihr könnt natürlich auch tnt benutzen sorry dass kurz abgebrochen wurde und zwar hat sie das ist natürlich wieder origin diesmal wieder gemeldet einer muss sich immer melden bisher ich weiß nicht wie man tnt so entzündet und Brrrr Saffin ja da müssen wir an der werkbank machen das geht nur mit dienstern dann müssen wir ein bisschen dienstern machen ist ja nicht schlimm wir haben hier schon ein bisschen was so ein bisschen gold mitnehmen so 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 schaue ich mal schön minecraft wiki nach es interessiert mich jetzt mal warum man keine wie man schnell diamanten findet mannschaft diamanten wiki so gewinnung ein haker die mannten erz minecraft wiki nicht genau 1 zu 15 15 15 wie man die schneller findet steht da nicht naja haben wir ein bisschen weiter können nach 3d ente verwendet ui Gut, falscher Weg, aber gehen wir mal da hoch zu der Lava, vielleicht sind da ein paar Diamanten irgendwo drin. Muss allerdings sein, dass nur Laps, Lazuli und so da drin ist. Untertitelung des ZDF, 2020